wenn er nicht sagen dass er es einfach um was soll es durchführen wir sind üblich in zu im nirgendwo hallo fährst du nur ja wo soll ich denn lang ja besitze mann heute auf wie vor was für ein ding wie vor wie vor allem machen dort hier Prozent schrift und links klick a tatsächlich also noch nach wie vorwitzende es ist das richtige wie vor was ich da habe in meinen links bisschen weiter links um welches wird er weiter links ich ist wie vorwitzenden das mit dem Y er als du da geschrieben hier ja ja das war natürlich sehr genius shit wie war ich denn das weg das kannst du nicht weg machen lass mich mal ganz kurz verantworten also ich mache ganz viel solche dinger hin da sieht man es nicht mehr ja wenn man reinzoomt schon nein nein das sieht man nicht wir fahren in keinsterweise nach wie vor so ich fahre hier richtig rechts 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 ja ich habe doch ein ich habe doch ein Wegpoint also bei der Tankstelle machst du dann mal kurz was ist denn das da hinten jeder raucht irgendwas jetzt gucken wir uns danach an erstmal schnell zu tanken mein Kollege ist so ein genius wer weiß denn das ja du bist so ein genius alter du vermagst einfach den Punkt wo wir hinfahren ich dachte du meinst jetzt so weich wiegen ne weißt schon ja also du bist wahrscheinlich auch ein genius aber oh ja einfach mal reinfahren ja nein 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 du weißt ja ja einmal kriegen da fasst du zwischendurch da fasst du zwischendurch eigentlich nein ach warum einfach wenn es auch umständlich geht doch ist das nicht so habe ich doch grandios gemacht ja äh ab hier übernimmst du jetzt ist nicht mehr meine schuld ach es ist deine schuld wenn es kaputt geht das haben bisher dies nur gemacht naja und dann nach geht es zum brennenden ding ja was weiß ich ja recht ist die Tankhöhe nein natürlich nice wenn wir irgendwann mal ein suv finden würden natürlich guck mal hier Tankstelle wie geht denn das jetzt na scrollen wie viel ich dachte ich muss ja jetzt aussteigen und tanken ja das war die Tankseule gegen es wie sind denn die brennenden preise genau wie sind denn die benzinpreise weiß ich kann angegriffen werden ach passiert doch nichts so einfach wieder zur verwirrung damit die wissen wo wir hin fahren fahren einfach mal hier nach Okovo secur kompfakieren mit dem sind müssen wir wusste eine Truhe books dann könnten weglаете als 1 cow jetzt war mal zu den bränden ja also einmal gegenfahren und das ding ist kaputt ist ein bisschen unruhigend sag ich mal ja ja weil das heck was wir gerade gestreift haben das ist ein heliwrack aber normalerweise leuchten die nicht so gut vor allem brennen die bei der ist nicht ich weiß es nicht fahr mal gegen ja ganz sicher aber das ist geil weil der heliwracks findet man meistens nice weapons sie ist doch gut dass wir hier noch wie pro gefahren sind so ich steig mal ein weil man da unten liegt meins 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 so ja steigt da nicht noch mal ein da sterb ich das jetzt mal bin ich nicht gestorben als in so drei magazine zehn bandagen ich mal ein paar mit ich bin so geil 5 art becks nämlich auch ein paar mit nur warte mal ich packe jetzt mal ganz das meine sortien ist meine pen used for intra morfium bankers ich warte hier und dann nehme ich welche das ist doch mal gut was ist das denn erst mal eine schön fette so also die blutbecks ist noch drei platt becks die würde ich auch gern noch irgendwie rein stopfen was ist das denn hier unten liegt doch sicherlich noch irgendwo eine waffe warte mal hier haben wir im content ja wenn der take er wenn der fn fall bei dem ich pack mal kurz meine knarre in den wagen dann kann ich die ganzen waffen weißt du ja auch noch ein kombat und aha ich kann mir kein blut weg geben sonst hätte ich jetzt noch ein bisschen wenn der fn fall ich hoffe natürlich die hat einen mack ja wir haben jetzt eine fn fall und einen mummi ach schade warum hast du es gerade gemacht weil ich testen wollte so hier bandagen bin noch eine mit jetzt noch drei stanachs was ist denn morfium hier ach hier ich nehme mal zwei bloodpacks mit ein epipen painkillers so ich habe an morfium genommen ja aber ist sowas alter warum ist denn das gerade so rot gewesen ach so rot weißt du was ich nehme einfach alles mit ich mache das einfach nacheinander packe ich das alles rein ah mann ich habe keinen platz mehr wo ich hier unten ist doch noch platz wie kann ich denn sachen in den rucksack packen du kannst ja alles nacheinander rein machen von daher ach so die fn fall brauche ich natürlich auch ich habe hier unten doch noch ein extra inventar weißt du was das ist ne ne das kannst du ja nicht benutzen warum nicht das ist nur für andere sache oooh aber nur so wenig waffen das hätte ich jetzt nicht gedacht ehrlich gesagt so erstmal blut weg geben und dann das heißt nur wenig waffen ich meine wir haben nur zwei waffen und eine mit dem humi so ich nehme den jetzt mal und dann nehme ich noch einen platten mit was ist das das ist hey was ist das denn da erzählen so alle bandages habe ich auch dabei so ich kann das den rest mitnehmen glaube ich das war ein blut pack drin warum weil ich noch eins mitnehmen will ich habe jetzt erstmal meines ich nehme es ja mit ich packe es ja in den ich habe es einfach reingepackt ach so mach doch nicht das licht an weißt du wie auffällig das ist haha das ist doch radisch ja gut überhaupt ist es schon auffällig dass wir an so einem roten leuchtenden ding parken aber ach und das maschinengewehr schießt gerade lustig ja ja wo ist das dunkel jetzt so so vier bandages ne drei bandages behalte ich mal mach doch mal licht an hier voll dunkel ja ja ne voll dunkel ein painkillers behalte ich auch und die saw mache ich mir mal in mein inventar aber die standarmonie mach ich nicht macht schon auch nicht mehr ja stopp 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 fesseln ich wendet wo warte mal ich überlege gerade sich die f fn fall oder saw ja komm die saw hebe ich mir noch auf und nehme die fahl ach hihihi na super ne die voll da passt keine standard rein das ist natürlich kacke ja ja gut dann nehme ich erstmal die mt5a5 und lass die saw drin lass mal engine reparieren hier ich hab angst das war ein schöner heli aber ich hätte ihn gerne geflogen und nicht als frack dann lass mal reparieren hast du eine toolbox ja die teile kann man glaube ich nicht reparieren wo soll es denn umgehen junge ähm ich würde sagen weil das ding ganz schön schrott ist äh nach chris mobino würde ich sagen fahren wir nach balotta balotta wo ist denn balotta ungefähr 6034 meter von uns entfernt ist das ein großes städtchen oder eher ne mini ding äh in der nähe von komarovo und ähm komarovo und äh nähe von tschernogorsk ach in der nähe von tschernogorsk ja wie hieß das ding palotta palotta pusta pulkovo 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 arm